Pappen, gelese und Gedanken von und mit Michael Göre Um meinen nicht gerade spannungsgeladenen Alltag hier und da etwas aufzupeppen, gehe ich gern unnötige Wege. Dadurch sehe ich mal was anderes und lerne meine Stadt und Umwelt besser kennen und weise im Falle einer Flucht vor Aliens oder Killerkommandos der Humormafia bessere Flucht- und Schleichwege. Aber auch im Kleinen mache ich das gerne zum Beispiel beim Einkaufen. Da gehe ich im Supermarkt gern durch die Haushaltsabteilung, die nur deswegen so heißt, weil man alles, was dort ziemlich unsortiert ausliegt, im Haushalt finden kann. Also alles Mögliche außer Braunkohlebagger oder Atomsprengköpfe. Ich nenne das gern die Krempelgasse, dann klingt es gleich Harry Potterig und viel interessanter. So kam es, dass ich neulich in eben jener Krempelgasse neben Tellersets und Bergen von Plastikbehältnissen zum Ein-, Aus- und Wiedereintuppern einen Fleischwolf entdeckte. Ich war komplett von sämtlichen Socken, denn einen Fleischwolf hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Als Baujahr 75 kenne ich aus meiner Kindheit durchaus noch alte Küchen, in denen es deutlich handfester zuging als heutzutage, wo man alles vorgefertigt und in Plastik eingeschweißt einkauft und im Prinzip nur noch in die Pfanne, die Salatschlüssel, auf den Grill, in den Topf oder die Fritteuse hauen muss. Aber in den Küchen meiner Lebensfrühphase wurde noch höchst selbst die ganze Vorarbeit geleistet. In der Ecke stand ein Sitzhocker, auf dem die Frau des Hauses Platz nahm, um Gänse und Hühner zu rupfen, bevor sie über einer Emalierschüssel ihrer Organe und des Restblutes entledigt wurden. In einem kleinen Fass wurde Butter gestampft. Der Aufschnitt wurde eigenhändig in Scheiben filetiert mittels Hand- oder elektrobetriebener Schneidemaschine, deren rundes, offenliegendes Sägeblatt keinen Unterschied zwischen Fingern und Salami kannte, ebenso wenig wie Gnade oder Fehlertoleranz. Größere Fleischstücke wurden mit einem mächtigen Beil zerteilt, das auch gerne drohend hochgehalten als Unterstreichung elterlicher Ermahnungen diente. Der mächtige Mixer zerkleinerte alles von Knochen über Fleisch, Gemüse oder Backsteine. Und was in den Wurstdarm gepresst werden sollte, drehte man durch einen Fleischwolf, ein Gerät, das nicht umsonst im dystopischen Musikvideo zu Pink Floyds The Wall Menschen in Masse verwandelte. In der Küche früherer Generation sah es mitunter aus wie heutzutage am Set eines Torture-Porn-Horrorfilms. Nur geschlachtet wurde da nicht, dafür gab es schließlich den Waschkeller. Noch heute habe ich die beiden mächtigen Haken an der Kellerdecke vor Augen und darunter den Abfluss. Heutzutage wird kaum noch kulinarisch gesplättert und die Küche sieht weniger aus wie der Werkstatttisch eines Foltermeisters der Inquisition, als vielmehr wie die Auslage im Apple-Store. Daher verzückte mich der Anblick des Fleischwolfs im Supermarkt massiv. Gleichzeitig fragte ich mich, wer sich denn bitte heutzutage noch so einen handbetriebenen Tierzermalmer an die Küchenplatte schraubt. Von mangelnden Enthusiasmus für körperliche Betätigung, die man nicht vom Fitnessarmband runterladen und bei Instagram posten kann, mal abgesehen, möchte heuer doch kaum jemand noch mit den ursprünglichen Formen tierischer Nahrungsmittel konfrontiert werden. Fleisch ja, aber bitte so, dass man nicht sieht, dass es mal mit großen Kulleraugen Muuu gemacht hat. Aber ich muss zugeben, dass ich für einen Moment in Versuchung war, den Fleischwolf in den Einkaufskorb zu packen. Nicht, weil ich ihn benutzen würde, sondern einfach, weil ich schon immer einen Fleischwolf haben wollte und das nicht erst seit mir das Video zu The Wall als Siebenjährigen eine scheiß Angst gemacht hatte. Ich habe generell ein Faible für derartige Werkzeuge. Ich wollte auch schon immer mal einen Schraubstock haben. Ich liebe Schraubstöcke. Aber mehr als Getränke oder Suppendosen komprimieren, würde ich damit nicht anstellen. Trotzdem würde es mir ein gutes Gefühl bereiten, mich Schraubstockbesitzer zu nennen. Oder Vorschlaghammerbesitzer. Meine handwerklichen Tätigkeiten und Fähigkeiten gehen nicht über das Aufhängen von Bilderrahmen hinaus. Trotzdem hätte ich gerne sowas. Keine Ahnung, ob da Kompensation eine Rolle spielt oder die Tatsache, dass Fleischwolf, Schraubstock oder Vorschlaghammer schon ziemlich Metal sind. Letzten Endes habe ich den Fleischwolf natürlich nicht mitgenommen. Ich brauche ihn nicht und ich brauche auch keinen Schraubstock oder Vorschlaghammer. Es gibt genug Menschen, die nicht mal das Nötigste haben und wenn ich daran denke, beschämen mich solche dummen Wünsche nach Überfluss. Mir geht es auch gut, ohne die Möglichkeit, meine Hand zum Mett zu verarbeiten, eine Cola-Dose so flach zu machen, dass ich sie unter der Tür durchschieben kann oder ein Loch in die Zimmerwand zu kloppen, einfach mal um zu gucken, was der Nachbar gerade so treibt. Ich bin Mitteleuropäer, mir geht es gut und ich habe bei mir genug Schwachsinn rumfliegen, den ich eigentlich nicht brauche. Das Modell eines Fischkutters zum Beispiel. Einen langen schwarzen Mantel, den ich dank Klimawandel nicht mehr anziehen kann, ohne den Schweiß auszubrechen. Oder eine Mundharmonika, die ich nicht zu spielen vermag. Oder eine Packung Kondome. Obwohl, das wiederum ist eine andere Geschichte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt eine schöne Woche. Mehr von Micha auf www.michael-göre.de